Mit Ihrem Hund spazieren zu gehen ist nicht nur eine großartige Möglichkeit Zeit mit ihm zu verbringen. Unterwegs kann er auch neue Fellfreunde kennenlernen. Wenn beide Hunde angeleint sind, entspannen Sie sich. Wenn Sie ruhig und kontrolliert bleiben, ist es Ihr Hund auch. Hunde beobachten und beschnuppern sich, das ist völlig normal. Ziehen Sie nicht an der Leine, wir wollen doch keinen schlechten ersten Eindruck machen. Geben Sie ihnen die Zeit, sich kennen zu lernen, bis es soweit ist, sich zu verabschieden. Wenn der andere Hund, den Sie treffen, nicht angeleint ist, können Sie es etwas anders machen. Leinen Sie auch Ihren Hund ab. Geben Sie ihm die Möglichkeit, freundlich zu sein. Bleiben Sie ruhig. Alle Hunde, egal wie groß, sprechen dieselbe Sprache. Lassen Sie die Hunde einander Hallo sagen und Spaß haben. Soziale Kontakte sind großartig und machen glücklich. Und mit neuen Freunden kann man beim nächsten Mal toll spielen. Perfekt fit. Lebensfreude füttern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.